Achtung, Achtung, ich sag mal wieder allerhöchste Vorsicht an, weil irgendwie meine innere Stimme, die hat jetzt gerade aufgeräuscht, da war doch wieder ein Wort, so wie ein Tiefdruckgebiet mit mehreren Kernen oder so, höre ich hier was, was ich noch nie vorher gehört habe, passt mal auf jetzt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 12. Mai. Warme, feuchte, labile Luft vom Mittelmeer strömt zu uns. Hat das schon mal einer gehört? Labile Luft? Was soll uns jetzt dieses Wort sagen? Labile Luft. Also die kann jederzeit zusammenbrechen oder was? Also ich möchte mir nicht vorstellen, was euch bevorsteht, aber ich sage mal an, es wird nicht lustig und nicht angenehm und schon ja nicht frühlingshaft. Okay, macht euch fertig und wetterfest. Den Rest von dem Wetterbericht könnt ihr euch ja den hier selber entziehen. Das muss ich jetzt ja nicht hochladen. Aber ich möchte mal auf dieses neue Wort in unserem Wetter. Also ich meine, der neue Wolkenatlas, der hat ja schon viele neue Erscheinungen als normal erklärt. Aber labile Luft, ja, das müsste ich jetzt mal nachschlagen, was das ist. Da bin ich ja immer gespannt, was labile Luft ist.